Es ist alles entfüllt. Die Menge hat reagiert. Das dringende Update ist da. Kontroverse. Clemen Fritz verriet tolle Neuigkeiten über einen Spieler, das Publikum tobte. Sie werden nicht glauben, was er gesagt hat. Aber bevor Sie Ihnen diese Neuigkeiten mitteilen, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie diese Neuigkeiten nicht verpassen, denn wir werden Ihnen alles darüber erzählen. Nach der Vertragsverlängerung von Marvin Dux stehen Gespräche mit Mitchell Weiser auf der Agenda von Werder Bremen. Der Bundesligist hofft, den Rechtsverteidiger behalten zu können, dessen Zukunft ungewiss ist. Fritz, wir möchten es langfristig behalten. Wenn es nach den Werderbossen geht, muss Weiser Wieser verlängern. Wir sind in guten Verhandlungen und möchten diese langfristig beibehalten, sagte Fritz der Boulevardzeitung. Der Lizenzspielertrainer betont, selbstverständlich sind beide Seiten daran interessiert, schnellstmöglich Klarheit zu schaffen. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder-News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank. Auch weiterhin. Sollten die Verhandlungen scheitern, wäre ein Verkauf noch in diesem Sommer denkbar, um einen ablösefreien Transfer nach Vertragsende zu vermeiden. Unterdessen betonte Weiser selbst im Juni gegenüber der spanischen Es, dass er sich einen Wechsel in die La Liga vorstellen könne, zitiert von der Bild-Zeitung, Spanien ist für mich immer eine Option. Es ist der Fußball, den ich am liebsten mag. Hallo Werder-Bremen-Fan, wird Weiser Ihrer Meinung nach verlängern oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich halte Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden.